Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Fliegengewicht oder Flyweight Pattern. Und ja, der Trick oder der Sinn hinter dem Flyweight Pattern ist, dass es das Ganze ein bisschen effizienter macht. Es gibt sozusagen eine Fabrik, die Fliegengewichtsfabrik hier links unten in unserem Schaubild, in unserem UML Schaubild, die das Ganze verwaltet. Das heißt, alle Objekte vom Typ Fliege bzw. Obstmücke in unserem Fall jetzt hier, werden durch die Fliegengewichtsfabrik verwaltet. Und klar, man kann dann neue Fliegengewichte hinzufügen, man kann neue erstellen. Also der Client macht das dann tatsächlich. Aber die Fliegengewichtsfabrik, die verwaltet die ganzen Dinge. Und die liefert dann durch einen sogenannten Key, einen Schlüssel, also meistens irgendwie ein Hashwert oder sowas, liefert die dann tatsächlich einzelne Objekte vom Typ Obstmücke zurück. Also das ist tatsächlich jetzt nur so ein Beispiel gewesen. Man hat eigentlich ein viel effizienteres Beispiel, wenn man sich jetzt eine... Oh, und weil es so schön ist, nehmen wir doch gerade wieder ein Computerspiel. So, wir haben jetzt hier also eine Oberklasse vom Typ Baum. Klar, wir haben mehrere Arten von Bäumen. Einer davon ist eben dieser Baum hier unten, unsere Obstmücke. Ähm, nennen wir ihn einfach mal Ahornbaum. So, unser Ahornbaum ist jetzt natürlich sehr ähnlich. Das heißt, wir haben vielleicht 100.000 Ahornbäume in unserem, ähm, in unserem Code drin. Und natürlich muss ein Computerspiel sehr, sehr effizient sein. Deswegen ist dieses Pattern hier besonders für effiziente Programme sehr, sehr wichtig. Okay, was wir jetzt also haben, ist folgendes. Wir haben mehrere Ahornbäume und diese mehreren hunderttausend von mir aus, weil wir eine große Map haben, Ahornbäume, können wir nicht alle auf einmal da lassen. Wir können nicht alle auf einmal anzeigen. Was der Client jetzt macht, ist folgendes. Er initialisiert diese Fliegengewichtsfabrik und in dieser Fliegengewichtsfabrik sind dann alle Kategorien von Ahornbäumen. Also es gibt halt natürlich verschiedene Ahornbäume und die brauchen einen sogenannten extrinsischen Zustand. Sie haben aber auch noch einen sogenannten intrinsischen Zustand. Gut, okay, in unserem Fall ist der eigentlich nicht vorhanden, ähm, weil man eigentlich alles auslagern kann. Aber sowas wäre dann zum Beispiel, äh, ist der Baum jetzt gerade irgendwo hingelaufen oder sowas. Also was, was sich wirklich auf diesen einen Baum bezieht, was man auch nicht unbedingt auslagern möchte. Aber in unserem Fall lässt sich eigentlich alles recht gut auslagern. Zum Beispiel die Orientierung, also wie ist er gedreht, wie ist er geneigt oder sowas. Welche Farbe haben die Blätter? Sowas lässt sich eigentlich super gut auslagern. Und dann haben wir vielleicht immer noch hundert oder tausend Bäume, die immer noch denselben extrinsischen Zustand haben. Das heißt, wir haben tausend Bäume, die null Grad gedreht sind und, also in alle Richtungen null Grad gedreht und alle grüne Blätter haben. Weil natürlich wir im Wald mehrere Bäume haben. So, und dann hat man hier den Client, der einfach nur noch auf diese Fliegengewichtsfabrik zugreift. Und der sagt dann, gib mir den Baum anstelle, ähm, anstelle 5 Meter vor mir zum Beispiel. Also 5, 0, 0 zum Beispiel. So, dann sagt die Fliegengewichtsfabrik, die muss das alles verwalten hier. Das ist sehr, sehr aufwendig und schwer zu schreiben, auch klar. Aber diese Fliegengewichtsfabrik macht dann folgendes. Die berechnet, okay, 5 Meter vor ihm steht ein Baum des Types Ahorn, also so ein Baum, mit dem extrinsischen Zustand, ähm, ja, der extrinsische Zustand wäre dann in unserem Fall einfach nur grüne Blätter und, ähm, nicht geneigt und nicht rotiert. Das heißt, entweder sie generiert einen neuen, äh, Ahornbaum oder sie nimmt den einzelnen Ahornbaum, der genau diesem extrinsischen Zustand entspricht, aus einer, äh, aus einer Datenbank sozusagen, die sie sich hier verwaltet. Das heißt, die verwaltet sich hier einfach mehrere Arten von Ahornbäumen. Und falls die halt gerade nicht da sind, müssen die halt neu erstellt werden. Aber falls die da sind, liefert die Fliegengewichtsfabrik dem Client diesen Ahornbaum zurück. Und wenn der Client sich jetzt nach rechts dreht und wieder fragt, was ist denn 5 Meter vor mir oder von mir aus 7 Meter vor mir, also ein anderer Baum, aber dieser Baum sieht halt gleich aus, dann sagt die Fliegengewichtsfabrik, hey, dieser Baum, ähm, sieht genau gleich aus. Dann liefere ich dir doch einfach genau denselben Baum nochmal zurück. Das heißt, es muss nicht jedes Mal ein neuer Baum erstellt werden, sondern es wird einfach nur eine Referenz auf diesen anderen Baum hergestellt. Und klar, die Bäume müssen dann zweimal angezeigt werden, aber im Speicher werden sie als ein und derselbe Baum betrachtet. Muss man natürlich vorsichtig sein, wenn jetzt die Bäume fällbar sind oder sowas, also wenn man sie angreifen kann sozusagen, dann brauchen wir hier einen intrinsischen Zustand. Das heißt, das ist nicht mehr derselbe Baum. Aber das kann die Fliegengewichtsfabrik hier auch verwalten. Das heißt, die Fliegengewichtsfabrik bekommt dann vom Kleinen gesagt, Baum XY 7 Meter vor mir wird durch einen Pistolenschuss oder sowas, ähm, verändert. Und die Fliegengewichtsfabrik sagt, okay, dann brauche ich einen extra Baum. Dann erstellt sie einen neuen Baum, hier kommen wir übrigens wieder auf das Prototype Pattern, wo man klonen kann. Erstellt sie einen neuen Baum, der genauso aussieht wie der andere Ahornbaum und fügt dann ein Schussloch oder sowas hinzu. Und, ähm, ja, dann sind hier natürlich zwei Bäume dran und wenn man jetzt jeden Baum eine unterschiedliche Wunde hinzufügt, sage ich jetzt mal, also dem einen schießt man irgendwie unten rein, dann weiter oben und noch ein Stück weiter oben, dann wird das Ganze natürlich irgendwann mal anfangen zu ruckeln. Klar, weil wir dann hier in der Fliegengewichtsfabrik extrem viele verschiedene Bäume haben. Aber das Standardpattern sagt, mach nur neue Bäume, in dem Fall jetzt Bäume, ähm, wenn du wirklich auch welche brauchst. Und ansonsten verwaltest du die dir in einer, ähm, ja, in einer Datenbank sozusagen, die allerdings natürlich keine echte Datenbank ist, sondern einfach nur hier eine, zum Beispiel Liste oder ein Dictionary oder was auch immer ihr Lust habt. Okay, ähm, ja, und so funktioniert im Endeffekt das Fliegengewichtspattern. Und das ist, wie gesagt, vor allem dazu da, damit ihr möglichst viel Leistung einsparen könnt sozusagen, ja. Und auch natürlich sehr, sehr nützlich, vor allem zum Beispiel für so ein Anwendungsbeispiel wie gerade eben. Spiele müssen sowieso immer mega optimiert werden und da lohnt sich jedes Prozent. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.